Santa Claus kommt einmal im Jahr. Ich glaub ich war drei, vielleicht auch schon vier. Da klopfte es Weihnachten an unsere Tür. Santa Claus kommt einmal im Jahr. Ich sagte Mama, nein lass ihn nicht rein. Ich werd auch bestimmt ab heut artig sein. Santa Claus kommt einmal im Jahr. Doch plötzlich stand er vor mir und ich sah zu ihm rauf. Ich lachte und rief Mama, guck, der hat ja Papas Brille auf. Ich hab da noch gleich die Lage gecheckt und mich hinter Mamas Schürze versteckt. Santa Claus kommt einmal im Jahr. So geht es vielen Papas in der Weihnachtsnacht. Und wenn ich einmal Kinder hab, dann wird das wieder so gemacht. Und wenn der Papa dann einmal nicht kann, muss eben mal kurz der Nachbar ran. Santa Claus kommt einmal im Jahr. 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 Oh, Linda, fantastisch!